Morgen ist der erste Advent. Hier kommt die 55. Folge von vor 100. Das ist Zufall, aber trotzdem schön. Heute ist der 3.12.2016 und heute von vor 100 Jahren ist der 3.12.1916. Herzlich willkommen. Hier ist der Luis und der... Steffen, hallo. Ja, hallo. Wir sind in meiner Wohnung. Hier ist alles noch etwas kramig und müllig. Wir hatten hier eine Party letzte Woche. Naja. Eine Podcaster-Party? Sagen wir mal so, hier stehen noch 6 Kästen Bier rum. Und es war ganz witzig in Selbstwahrnehmung. Also hier auf deinem Schreibtisch in deinem Hörbereich, in dem Hörbereich deiner Wohnung, sehe ich gerade Bier, Whisky. Und bei mir steht, ich habe auch die heilige Dreifaltigkeit, ich habe Bier, Whisky und Tee. Ich würde sagen, für so einen scheiße kalten, regnerischen, stürmigen, mega dunklen Novembertag, genau die richtige Kombination. Genau. Ja. Wer sind wir und was machen wir hier, Luis? Also erstmal, heute ist der 3.12. sowohl 1916 als auch 2016. Je nachdem, ob heute oder in der Zeitrechnung vor 100 Jahren. Wir sind der Verhundert-Podcast. Wir sind Harald, Ludwig, Steffen und Luis. Wir sind die Vierfaltigkeit. Die Vierfaltigkeit, die heilige Vierfaltigkeit. Was tun wir hier? Wir sind ein Podcast, sprich abonnierbares Radio im Internet. Ohne Werbung und ohne die besten Hits von heute, damals und vorgestern. Und eine Folge ist bei uns folgendermaßen aufgebaut. Wir machen erstmal die Hausmeister-Themen, die eigentlich begrenzt sind von Steffens geliebter Eierohr auf zwei Minuten, weil Podcasts reden gerne über sich selber. Steffen liebt seine Eierohr. Ich habe sie aber heute vergessen. Das heißt, heute machen wir nach Gefühl, kommt gleich. Bevor wir zu den Hausmeister-Themen kommen, gebe ich nur die Agenda quasi der Folge. Was kommt nach den Hausmeister-Themen, Luis? Wir reden als Luis und Steffen, oder Steffen und Luis, weil man fängt ja immer mit den anderen Personen zuerst an. Also als Steffen und Luis reden wir über die Themen von vor 100 Jahren aus heutiger Sicht. Nun sag es doch endlich, nur sag es doch endlich. Ja, man merkt, wirkliche Podcaster reden einfach viel verdammte Axt. Da müssen sie weiter kommen. Und danach kommen Harald und Klotwig und die reden aus der Perspektive von vor 100 Jahren, weil die leben ja schließlich von vor 100 Jahren und nehmen den Flux Kompensator, um ihre Sicht der Dinge der Welt mitzuteilen. Das hast du sehr schön gesagt, Luis. Okay, fangen wir an Hausmeister-Themen. Nachgefühl ohne Eieruhr, weil die ist heute nicht da, weil Steffen seine geliebte Eieruhr vergessen hat. Ja, die liegt noch zu Hause im Bett. Die Eieruhr. Was haben wir für Hausmeister-Themen, Luis? Nun zum einen, ich möchte es schon mal vorher erwähnen. Achso, wir können auch erst mal anstoßen mit dem Whisky. Was trinken wir hier, Luis? Du hast Whisky geschenkt bekommen. Ja, ich habe Whisky geschenkt bekommen. Was trinken wir eigentlich? Du hast die Flasche da rumstehen. Jameson Black Barrel. Black Barrel, so Jameson. Sehr gut, und wenn der jetzt gleich alle ist, habe ich auch noch den Standard-Jameson, weil wir müssen ja schließlich hier mal benchmarken, was der Unterschied zwischen dem normalen Jameson und dem Black Barrel-Jameson ist. Wir schweifen ab Hausmeister-Themen. Ich kenne den normalen Unterschied und ganz ehrlich, nach Jameson Black Barrel möchte ich den anderen normalen Jameson nicht mehr trinken. Das ist ja nur noch gesöfft danach. Ja, also der Verhunderter-Podcast, um das ausgeschweifte Thema zu Ende zu schweifen, empfiehlt Black Barrel Jameson. Steffen, welche Hausmeister-Themen haben wir? Weißt du, wir können auch mal ruhig abschweifen, aber egal. Ja, ich möchte schon mal vorwegnehmen, nächste Folge, Luis. Ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen. Haben wir neue Headsets? Die haben wir vor zwei Wochen bestellt. Ja. Man muss sich vorstellen, Steffen sitzt gerade wie ein Dreijähriger auf seinen Stuhl und wackelt mit seinen Armen wie ein Hühnchen im Takt und freut sich und er riecht sich auf, weil auf der Vertriebsseite unseres Vertrauens wurden diese Headsets seit zwei Wochen nicht geliefert. Nee, es gab Lieferschwierigkeiten aus China und ich möchte diese Headsets endlich haben. Die sind morgen bei uns in der Ecke in der Postbox, Post? Post, äh, Poststation. Poststation. Das ist das schwierige Wort. Genau. Und ich kann sie morgen nicht abholen, weil ich nicht da bin. Ich kann sie erst Samstag abholen. Das heißt, ich werde sie Samstag abholen und gleich zu dir kommen, Luis. Genau, und dann werden wir einen Tag gepflegt mit unseren neuen Headsets rumnörden. Ja. Ja, das freue ich mich schon. Ich hoffe, dass die Eieruhr dann nicht eifersüchtig sein wird. Sie ist immer eifersüchtig. Na gut. Was haben wir noch? Wir haben eine Mail bekommen mit einem Lied als Video und das werden wir auch, ich möchte jetzt nicht das Lied im Podcast abspielen, das könnt ihr euch selber anhören, das werden wir aber verlinken. Und wir haben auch nochmal einen Kommentar bekommen vom Gregor zur 50. Folge. Da sprachen wir ja über die Themen von heute vor 50 Jahren. Wir waren ja damals der vor 50 Podcast und erzählten auch, dass es den damaligen Pfarrer Wilhelm Reimuth gab, der, ich glaube, Kondome oder die Pille. Ich glaube, die Pille. Also wir hatten von Kondomen erzählt. Wir haben aber gelernt, die Pille hat er auch auf den Altar gepackt. Genau, der hat damals die Pille und Kondome anscheinend auch auf den Altar gepackt und da gab es einen riesigen Skandal. Und jedenfalls meinte Gregor, hier vor 100 Podcast, es gibt übrigens eine, eine Fernsehsendung, damals im HR-Fernsehen. Die kann man sich jetzt zum Zeitpunkt noch ansehen. Und da wird ab Minute 24 auch darüber gesprochen. Wir werden den Link reinpacken. Aber Achtung, ihr wisst, diese Sendungen sind immer nur so, ich glaube, 14 Tage in der Mediathek. Also seid schnell. Wenn ihr diese Folge hört, geht sofort in die Mediathek und guckt euch das an. Ich möchte persönlich eine Anmerkung machen. Ich strecke auch meine Faust in die Luft dazu, was gar keinen Sinn macht, was keiner sieht. Ich möchte eine Anmerkung machen, zwar folgendermaßen. Mach das. Ich finde doof, dass GZ-finanzierte, also allgemein steuernfinanzierte Inhalte depubliziert werden, sprich gelöscht werden aus der Mediathek. Die Allgemeinen hat es bezahlt, also archiviert. Und das ist für alle Zeiten im Internet, dass jeder es wann er will, konsumieren kann. Wir könnten ja auch jetzt alle mal weghören, die irgendwie mit dem Gesetz konform sind. Hier hört keiner zu, Steffen, wir sind unter uns. Die sind unter uns. Wir könnten ja auch einfach im Outro, wenn uns eh keiner mehr zuhört, einfach ab Minute 24 den Teil zu Wilhelm Reinhut mal als Audio reinstellen. Können wir das rechtlich? Das weiß ich nicht. Wir können es mal, pass auf, wir werden es einfach mal anspielen. Genau. Wir werden es nur anspielen. Für acht Sekunden? Für acht Sekunden. Und dann sind diese acht Sekunden für alle Ewigkeit erhalten, weil leider wird es ja depubliziert. Aber bei unserem Podcast hört man ja auch noch in 500 Jahren. Der wird nicht depubliziert. Ich muss ganz kurz mal, ich habe einen Vorschein, als was von meinem Tee trinken. Übrigens Hibiskus-Tee. Ich bin jetzt vom Blackberry Jameson mittlerweile zum normalen Jameson übergegangen. Der normale Jameson, den trinke ich sehr, sehr gerne. Ein sehr guter Whisky, aber der Blackberry Jameson ist eindeutig besser als der normale Jameson. Das ist total schlimm, wenn man dann mal den Blackberry hatte, jetzt zum ersten Mal, will man den normalen nicht mehr trinken. Das hast du gut vorausgesagt. Das ist wie Zähneputzen danach. Ja, irgendwie. Einfach zum Ausspucken. Irgendwie passt das gerade gar nicht mehr. Ich trinke übrigens gerade Hibiskus-Tee. Ich habe einen Tee-Adventskalender geschenkt bekommen. Ich kann jetzt jeden Tag bis Weihnachten einen anderen Tee trinken. Das ist cool. Ja. Tee-Adventskalender sind toll. Der Verhundert-Podcast mag Tee-Adventskalender. Genau. Man kann uns gerne Tee schenken und Tütensuppen, Billig-Tütensuppen aus China. Oder Jameson. Ja. Aber nur Blackberry. Aber jetzt nur noch Blackberry. Irgendwie die Ansprüche sind gestiegen. Um die Hausmeister-Themen abzuschließen, du bist ganz kurz, wie ist dein Befinden? Ausgezeichnet. Ich habe die ganze Woche war ich unterwegs und bin jetzt angekommen und auch zehn Minuten später stand es zuvor in meiner Tür und ich war noch dabei in meinen Ankunftsprozedere. Heizung anschmeißen, die Steckdose, Internet anschalten, so was ich jede Woche halt zu tue. Ja. Ich hatte, also mein Befinden heute, ich hatte einen Tag, ich bin nur gelaufen und von A nach B gefahren. Würde ich Pokémon Go spielen, hätte ich heute schon drei Eier ausbrüten können, aber Ich hätte noch mehr Eier ausbrüten können. Ich bin halt wie immer durch die Gegend gereist. Genau. Ja, aber ich, genau. Ich bin dafür mehr umgestiegen als du wahrscheinlich. Das ist wohl wahr. Und ich war auf dem schlimmsten Berliner Weihnachtsmarkt, den es gab. Welchen? Alexanderplatz? Alexanderplatz. Siehst du, ich habe es sogar erraten, ohne zu wissen, wo es ist. Mein Beileid. Also alle, die nicht aus Berlin kommen, geht nicht auf den Weihnachtsmarkt, am Alexanderplatz, Alexanderplatz, sei denn, ihr mögt komische Menschen, die aggressive Grundstimmung verbreiten und Euro-Trash-Musik. Boah. Also wir waren halt zufällig in der Gegend, deswegen haben wir uns gesagt, das können wir hier auch noch einen Glühwein trinken. Der ist teuer und schmeckt scheiße. Ne, naja, 3,50. Okay, das ist nicht teuer. Und war okay. Dann hast du andere Erfahrungen gemacht als ich. Mein herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich. Aber trotzdem, also ich bin überrascht, ich wurde anscheinend nicht überfallen und nicht ausgeraubt. Ich habe noch nicht alle Wertgegenstände begutachtet, aber anscheinend wurde ich nicht ausgeraubt. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Wie schaffen wir jetzt die goldene Brücke zu den Themen von heute vor 100 Jahren? Also wir haben aus den Themen von vor 100 Jahren zum Intro eigentlich nur eine, einziges Thema, weil alle anderen haben wir aus verschiedenen Gründen verschoben, ignoriert und unterpriorisiert. Ja. Welches Thema haben wir denn da? Welches Thema ist es denn wert, im vor 100 Podcast aufzutauchen? Im Intro. Im Intro. war das Thema deutscher Hilfskreuzer Wolf. Sein Schiff hieß früher Wachtfels. Und die Meldung ist, dass der jetzt Wolf heißt, oder wie? Nein. Also zur eigentlichen Meldung kommen wir gleich. Erstmal, was ist ein Hilfskreuzer, Steffen? Weißt du, was ein Hilfskreuzer ist? Also das klingt, das klingt erstmal nach einem Boot, nach einem großen Boot, weil es ja ein Kreuzer ist. Und wahrscheinlich soll der, wenn der helfen soll, irgend, ähm, entweder das Militär unterstützen mit Aufklärung oder Zivilbevölkerung unterstützen mit Lebensmitteln. Das würde ich aber aufschließen im Ersten Weltkrieg. Genau, also das Kreuzer-Konzept, Hilfskreuzer, Kreuzer-Konzept bedeutet, Kreuzer ist immer ein Schiff, was tendenziell schwach gepanzert ist als vergleichbare Schiffe seiner Klasse, tendenziell schneller ist als vergleichbare Schiffe seiner Klasse. Bedeutet, wenn ich einen Schlachtkreuzer habe, ist es ein Schiff wie ein Schlachtschiff, es hat eine vergleichbare Bewaffnung, ist er leichter gepanzert und fährt schneller. Bedeutet, die Idee ist, hey, du hast einen Schlachtkreuzer, der hat die Bewaffnung wie ein Schlachtschiff, das heißt, alles, was kleiner als ein Schlachtschiff ist, besiegt er, Obersticht unter. Und wenn er auf ein Schlachtschiff trifft, ist er schneller. Das heißt, er fährt einfach weg. Das war die Idee von Schlachtkreuzern. Das hat nicht ganz so funktioniert wie gedacht, aber das war die Idee. Fühle mich auch gerade zurückerinnert an irgendwelche Rollenspiele, wo man so Charakter und Wertigkeiten... Ja, aber genau so ist es mit den Flotten damals gewesen. Und jetzt haben wir einen Hilfskreuzer, es gibt Hilfsschiffe, Hilfsschiffe sind Schiffe, die quasi nicht als Kriegsschiffe gebaut wurden, weil ein Kriegsschiff hat ganz andere Technik und auch eine ganz andere Motorisierung als ein Zivilschiff. Logischerweise und auch ganz andere Sicherheitssysteme, weil es ist ja von ganz anderen Zweck gebaut. Und ein Hilfsschiff ist immer ein Zivilschiff, was quasi für den Kriegsschiff umgerüstet wird. Und jetzt habe ich einen Hilfskreuzer, ist ein Zivilschiff, was für den militärischen Zweck umgebaut wird, aber alle anderen Hilfsschiffe, also sprich alle anderen Zivilschiffe davonfahren kann. Gegen ein Militärschiff hat es keine Chance, Obersticht unter. Da kann es einfach sagen, hier Beine hoch, das war jetzt Niete, wir müssen weg einpacken. Und was ist jetzt so besonders an diesem Hilfskreuzer Wolf, weil es sonst niemand anderen, also weil es sonst kein anderes Schiff gab, was Hilfskreuzer war oder hat das noch eine große Zukunft vor sich? Also zum Thema Hilfskreuzer Wolf. Wie gesagt, der ist ausgelaufen am 30. November. Also am Mittwoch. Und der fährt gerade in unserer Zeitrechnung den Dauerwürgischen Küste entlang. Mit diesem Schiff passieren allerlei interessante Dinge. Da diese aber in der Zukunft passieren, weigere ich mich darüber Auskunft zu geben. Nun war aber unser Plan, über dieses Schiff viel zu erzählen. Nur, da wir ja quasi in der Zeitrechnung von vor 100 Jahren sind und wir besitzen keine Glaskugel, können wir darüber nicht reden. Wie, also du willst jetzt hier einen Cliffhanger einbauen? Absolut. Im vor 100 Podcast? Ja. Aber wir sind doch gar nicht noch gar nicht beim Staffelende. Nein, der Luis will jetzt aber nicht. Und Klotwig ist nicht gefangen genommen worden oder so. Der Luis will nicht. Also du kannst doch jetzt hier keinen Cliffhanger einbauen. Der Luis will nicht. Aber, 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 ich gucke gerade mit Hundeblick, aber Luis reagiert nicht. Der Luis greift zu seinen Jameson, der ihm zum ersten Mal nicht gut schmeckt, weil er noch einen besseren Jameson hatte. Aber kannst du uns nicht erzählen, wann du, in welchem Zeitabschnitt, du mehr zu dem Hilfskreuzer Wolf erzählen wirst? Ja, das kann ich. Luis denkt nach. Luis denkt nach. In 451 Tagen, also im Februar 1918, melde ich mich nochmal zum Hilfskreuzer Wolf. Ich setze mir eine Kalendererinnerung. Okay, ich bin gespannt, was das jetzt... Ich markiere das in meinem Kalender. In letzter Zeit markiere ich ständig Ereignisse, die mehrere Jahre vorausliegen in meinem Kalender. Und das wird auch, wenn er wieder anlegt, kommt eine Erinnerung, Hilfskreuzer Wolf hat angelegt und dann melde ich mich. Ich werde mir auch eine Erinnerung machen und mir sagen, dass wir für die Folge dann diesen Moment nochmal einspielen. Ja. Das wird dein denkbarer Moment. To be continued in vor 100 Podcast. Ich bin schon ganz gespannt. Ich würde sagen, wie wird es weitergehen? Wir haben angekündigt, es gibt nur eine Meldung im Intro, wir halten uns dran. Harald und Ludwig haben auch was zu sagen. Ja, die kratzen schon an ihren Rauschebärten. Die scharren mit ihren nicht vorhandenen Hufen. Genau. Und die wollen sich jetzt auch mal zu Wort melden. Am 3.12.1916. Mein lieber Harald. Ja, Ludwig. Wie sieht das denn hier aus? Es tut mir leid. Ich bin noch etwas durcheinander. Es ist alles etwas unordentlich. Ich kam noch nicht dazu. Ich bin auch gestern Abend erst wieder zurückgekommen. Also ich... Nach Hause. Bei Harald, bei dir sieht es immer so ordentlich aus, aber hier Berge an, Zettel. Hier hinten hast du Tee getrunken und die Teeplätter schimmeln vor sich hin. Ja, auch meine Haushälterin kam noch nicht dazu, hier Ordnung zu machen. Das ganze Leergut? Es tut mir leid. Ich bin einfach... Ich bin gestern Abend erst wiedergekommen. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht mehr so ganz frisch. Ich brauche noch etwas mehr Schlaf, glaube ich. Aber gut. Ich freue mich über deine Gesellschaft. Wo warst du denn? Nur ich bin noch etwas... Ja, ich war gestern noch... Eben gestern noch war ich im Deutschen Reich zu Besuch bei den Günthers in Wittenberg. Jaja, da fährst du ja oft da hin. Wie geht es denn? Wie geht es den Günthers denn? Du bist jetzt noch ganz gut. Der Günther wurde ja nicht einberufen und hat sich nicht freiwillig gemeldet. Ist ja invalide. So geht es dem eigentlich ganz gut. Nur da ist vorgestern... Da war ja der Erste, da ist was passiert. Was denn? Wir sitzen alle abends zusammen und trinken ein wenig Tee. Und dann klopft es auf einmal an der Tür. Bestimmt. Und Heinrich Günther, der geht an die Tür, macht auf. Jetzt steht da ein Schüler vor ihm. Und wir rein in die Wohnung. Und der fragt wohl schon, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Genau. Wir haben nichts zu verkaufen. Genau. Und der Schüler, der ist aber reingekommen. Es wurde irgendwie laut. Und Heinrich musste ihn dann doch reinlassen. Ja, Volkszählung, Klotwig, Volkszählung im Deutschen Reich. Jetzt? Ja, jetzt. Zu der Zeit? Die machen eine Volkszählung? Warum das denn? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Die letzte Volkszählung war 1910. Ja, aber das ist ja erst sechs Jahre her. Die haben noch ganz andere Probleme. Ich meine, die Verluste an der Front, die können die einfach substituieren. Alle fünf Jahre war im Deutschen Reich die Volkszählung. Nur 1915 wurde sie ausgesetzt. Die haben ganz normal mit Toten- und Geburtenverzeichnissen gearbeitet, um die Bevölkerung zu zählen. Aber jetzt, 1916 haben wir jetzt, wurde nochmal eine Volkszählung gemacht. Ja, ist ja, kann ich, kann mir ja eigentlich als Schweizer auch egal sein. Nur hat der Schüler den Befehl etwas zu ernst genommen. Denn es sollten alle anwesenden Personen im Haushalt aufgezeichnet werden. Auch du? Auch ich. Okay. So, jetzt stand ich da. Und hast du auf deine besondere Situation aufmerksam gemacht? Natürlich. Ich bin Schweizer, ich bin kein Bürger des Deutschen Reiches, habe ich gesagt. Aber der, der wollte trotzdem alles haben. Der wollte meinen Familienstand haben, meinen Vor- und Zunahmen. Der wollte meine Stellung im Haushalt haben. Was hast du da gesagt? Er hat gesagt Gast. Du bist, du bist der Hausschweizer? Ich habe gesagt Gast. Weißt du, das ist der, der morgens quasi immer im Schweizer Dialekt alle wach macht und den man immer im Kinn kraulen muss, damit er schnurrt, der Hausschweizer? Ja, genau. Der Hausschweizer, der jedes Mal geheime Güter aus der Schweiz importiert. Da stand auch noch so einiges auf dem Tisch rum, aber das hat der Schüler da eigentlich nicht für voll genommen. Ich glaube, dem war nicht so ganz bewusst, was ich da alles mitgebracht habe. Aber dann kam es noch. Denn alle, die vor dem 1. Dezember 1899 geboren wurden, ich bin ja 88er Jahrgang, die mussten dokumentieren ihr gegenwärtiges Militärverhältnis. Ah, daher weht also der Wind. Genau. So, was soll ich da jetzt sagen? Was hast du da gesagt? Du hast gesagt, ausländiger Staatsbürger, geh nach Hause. Es ging erst mal damit an, dass ich mich geweigert habe, hier genau Auskunft zu erteilen, wer ich bin und was ich mache. Ich habe gesagt, es braucht hier nur die Information preisgegeben werden, dass ich Schweizer bin und Gast bin. Das andere hat diesen Schüler da gar nicht zu interessieren. Das militärische Verhältnis ist ja eine reine Frage zwischen dir und dem Schweizer Staat. Genau. So. Und dann meinte der Schüler, ja, wir haben die Anweisung bekommen, jeder, der hier nicht kooperieren will oder falsche Angaben vorsätzlich macht, der muss eine Strafgebühr zahlen. 1.500 Mark. Das ist eine Ansage. Das ist das dreifache Jahresgehalt von manchen Arbeiter. Ja. Das ist selbst für dich das, was du quasi, das ist nicht ein Auto, aber 10 Luxusfahrräder. Genau. Luxusfahrräder oder 30 Arbeiterfahrräder. Und dann, dann habe ich nochmal mit ihm diskutiert, das kann, das kann da nicht wahr sein, dass nur, weil ich hier heute, ausgerechnet heute zu Gast bin, ich dokumentiert werden muss. Aber ich möchte betonen, also die Amtsperson, die 1.500 Reichsmark Strafen verteilt und dir vorschreibt, wie du dein Militärverhältnis, wo was zu dokumentieren hast, war ein Schüler. War ein Schüler, genau. Also jetzt nicht jemand wichtiges, sondern ein beschissener Schüler. Ich entschuldige mich in meiner Wortwahl, aber allein mit der Tatsache hatte ich ein erhebliches persönliches Problem, so nach dem Motto, geh mal zu deiner Mutter, trink dort Milch und geh weg. Genau. Ich habe gerade kein Lust. Ich bin sogar noch höher gegangen, habe ihn gefragt, warum er nicht an der deutschen Front kämpft. Das war ein bisschen zu weit. Aber das ist, finde ich aber auch ein sehr geschickter Kontrolle, nach dem Motto, hey, Verdun ist da hinten, geh weg. Aber gut, das Ding ist so, die haben sich darauf geeinigt, das machen die schon seit einigen Jahren so, dass sie die Volkszählung immer am 1.12. machen. Wie gesagt, bis 1910, das war der letzte Jahrgang, sonst haben die das immer in Fünfer-Jahresrhythmus gemacht. 1915 war es dann ausgesetzt. Und sie haben sich immer gesagt, wir wollen das in dieser einen Nacht machen und haben sich Schüler, Lehrer, all diese Leute zur Hilfe genommen und haben das in Bezirke aufgeteilt von so, jeder Bezirk hatte 50 Haushalte, wobei unter Haushalte zählt auch sowas wie Hausboote zum Beispiel, Pension, Gasthof, da musst du überall reingehen. Das ist auch schon, das wird als Haushalt mitgezählt. Das macht aber Sinn. Genau. Nur jedenfalls habe ich mich mit dem gestritten, was das soll. Ich bin hier nur zu Gast und wir sind ja hier nicht mehr im, ich sage mal damals der Deutsche Zollverein. Da gab es auch noch die Volkszählung und da war es tatsächlich so gehandhabt, dass jede Person zum Zeitpunkt der Volkszählung als sogenannte Zoll-Abrechnungsbevölkerung gezielt hat. Sie war ja da, hat Produkte konsumiert, also darauf gab es Zoll, deswegen musste sie mitgezählt werden. Die Zeiten sind lange vorbei, meiner Meinung nach, deswegen habe ich mich geweigert, da mitgezählt zu werden. Wir haben dann so lange diskutiert, bis zufällig mal ein Lehrer vorbeikam und der hat das dann aufgeklärt. Der Schüler hat etwas falsch verstanden, denn in dem Militärstand sollen nur die Leute auch aufgefasst werden, die tatsächlich Reichsbürger sind. Es wären tatsächlich alle Bevölkerung, alle Personen im Haushalt anwesend aufgezählt, also aufgelistet. Ich musste meinen Vor- und Nachnamen angeben und so weiter, aber ich musste meinen Militärstand nicht angeben. Ich bin zwar vor 1899 geboren, aber weil ich nicht Reichsbürger bin und mich ausweisen konnte, musste ich das also nicht mit angeben. Glück gehabt. Glück gehabt. Ich meine, gut, das macht ja Sinn, mit statistischen Mitteln fehlen ja auch mal welche im Haushalt und von daher macht es auch Sinn, dass man die, die quasi da sind, auch mitzählt und dann irgendwie auf einen brauchbaren Wert kommt. Ja, mit dem Lehrer habe ich mich auch ganz gut verstanden. Ich habe ihn dann ein paar von den Gütern in die Tasche gesteckt, dass er mich in Frieden lässt. Ich habe mich dann noch gut mit ihm unterhalten, habe ich gefragt, wieso das jetzt sein kann, dass jetzt auf einmal sechs Jahre später nach der letzten Volkszählung eine neue Volkszählung gemacht wird. Normalerweise hätte man das ja alle fünf Jahre gemacht und bis jetzt hat ja auch mal gereicht, dass man die Geburten und Todesregister gepflegt hat. Und da meinte er, ja, das kommt von ganz oben, die möchten gerne, wie da oben, besser die Lebensmittelversorgung, möchten sie gerne abschätzen, wie viel sie da. Und vielleicht ungenutzte Mannschaftsstärken für militärische Zwecke anzapfen, wenn man immer sein Militärverhältnis angeben muss. Ja, genau. Das scheint mir schon eine klare Intention zu sein. Daniel Heinrich genau ausgefragt, was da los war. Ja, warum er nicht an der Front ist oder welchen kriegswichtigen Job er denn da hätte, welche und ne. Und wichtig war für die zum anderen auch noch rauszufinden, wenn da jetzt Mütter sind, die Säuglinge haben oder schwangere Personen, sie wollen sehr gut abschätzen in der Zukunft, wie viel Milch sie noch brauchen. Das war auch ein Grund, diese Lebensmittelversorgung war einer der Gründe, warum jetzt nach sechs Jahren auf einmal eine neue Volkssehlung gemacht werden muss. schon interessant. Ja. Ja. Und sehr gut. Also ich sehe aufregende Zeiten. Ja, ja. Ich habe mich da sehr lange unterhalten. Aufregende Zeiten. Ja, du. Was gibt es denn bei dir? Ich sehe, hast du viel Arbeit gerade? Ja, also eigentlich ist nicht viel los. Also die Fronten bleiben stabil, sowohl im Osten wie im Westen. Der einzige Schauplatz, wo Bewegung ist, ist Rumänien. Weil Erich von Falkenhayn, ehemaliger Oberkommandeur des deutschen Heeres, sprich eigentlich der gesamten Mittelmächte damit de facto, wurde ja quasi ausgetauscht durch das Duo Hindenburg und Ludendorff und ist jetzt ausgelagert am rumänischen Kriegsschauplatz, da ja Rumänien quasi auf Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten ist. Man munkelt ja auch, dass er deshalb jetzt da in Rumänien ist, weil er ja in Midverdain, weil er das total versiebt hat. Ja, ja. Man munkelt. Man kann es, wir würden mal sagen, wir lassen es einfach mal so im Raum stehen. Gut. Aber was gibt es da jetzt Neues in Rumänien? Da gibt es eine Schlacht am Agisch. Was am Arsch? Am Agisch. Agisch. Am Agisch. Nicht das hören, was du hören möchtest. Die ist jetzt am Toben und die hat angefangen erst vor zwei Tagen, aber ist jetzt schon in den Medien unter dem Schlacht von Agisch durch einen rumänischen Angriff, weil die Rumänen haben ihre Truppen total falsch deplatziert und die Flanke ist durch einen Korb von Mackensen, ein sehr schrulliger, älterer General, der auf quasi Lebenszeit eine Husan-Uniform tragen darf und die auch immer Tag und Nacht trägt. So eine Husan, so eine Art Kavalerie, etwas schrulliger, altpreußischer Typ. Dieser Mackensen hat quasi keinen Gegner an seiner Flanke und flankiert die Rumänen. Das finden die Rumänen nicht lustig. Die Rumänen greifen an, um Bukarest zu retten und das ist der aktuelle Stand von Schlacht von Agisch. Ich würde ja gerne mehr sagen, aber... Wir können ja nicht in die Zukunft blicken. Mir fehlt die Glaskugel. Ja. Ah, ich sag's weg, Ludwig. Also du siehst aber, dass da Potenzial ist für mehr. Also ich, ohne jetzt in die Zukunft gucken zu können, würde ich behaupten, dass, wenn sich was ändert, in den nächsten zwei Wochen es in Rumänien sein wird. Also es knallt in Rumänien, es fehlt der Schüler im Deutschen Reich. Ich bin froh, dass wir hier in der Schweiz sitzen. Du räumst jetzt erst mal deine Wohnung auf. Das sieht hier einfach nur scheiße aus. Ich überlege, ob ich noch warte, morgen kommt die Haushälte. Das sieht hier aus, als hättest du hier gefeiert. Ja, überall steht hier auch noch Whisky. Naja, gut, Ludwig, dann, ja, ich glaube, das wäre das Beste, wenn ich jetzt hier aufräume. Dann muss ich dich jetzt aber leider nach draußen begleiten. Gerne. Auf, dann lass uns gehen. Einen wunderschönen Guten. Hier ist der Luis und der Steffen. Wir brauchen Geld und machen Werbung. Aber als Verhundert-Podcast gibt es bei uns Werbung von vor 100 Jahren, ist ja klar. Dafür haben wir den illustrierten Hauptkatalog von August Stuckenburg Einbeck von 1912. Von 1912. Ja, ich finde, ich finde ja den Namen total toll. Wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr uns ein Gefallen tun wollt, wenn ihr uns Gutes tun wollt, dann kauft doch bitte die Nummer 312, das Kautschuk-Heftpflasterband. Für 60 Pfennig das Stück. Für Radfahrer, Touristen und Toner. Also da wird sich doch wohl jeder wiederfinden. Es ist ein auf Schürting-Band gestrichenes Kautschuk-Pflaster von großer Klebkraft und wird sowohl zum Verbinden von Wunden als auch zum Dichtmachen von Luftschläuchen und so weiter gebraucht. Ein Allzweck-Mittel. Ob der arme Loch hat oder der Fahrradreifen oder auch der Autoreifen, Kautschuk-Heftpflasterband für 20 Pfennig die Rolle. Ist doch sehr günstig. Für 20 Pfennig, das hat doch jeder. Und dieses Kautschuk-Heftpflasterband ist auf einer Blechrolle gewickelt und 3 Meter lang und 1 Zentimeter breit. Darf ich mir auch noch was aussuchen? Ich möchte auch noch gern was von der Hörerschaft geschenkt bekommen. Ja. Vielleicht etwas, was ich der Fräulein Kleewald schenken könnte. Und zwar ein echt silbernes Kettenarmband Nummer 1 0348. Das kostet nur 2 Mark 80. Uuuuh. Das ist doch nicht die Welt. Das kann man doch mal dem vor 100 Podcast zuschicken lassen. Ja. Ja. Und das sind 800 gestempelt mit runden martellierten und schön schwarz oxidierten Kugelanhänger. Länge circa 18 Zentimeter. Es ist ein Traum. Es sieht toll aus. Wahnsinn. Wir wünschen, ihr könnt es sehen. Ja. Okay, Steffen, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Ja. Ich würde sagen, die Miete ist gesichert. Wir verabschieden uns für diese Folge. Wir verabschieden uns und wir bedanken uns fürs Zuhören. Kirche und Sexualität bleibt aber noch lange ein schwieriges Thema. Das zeigt auch der Fall des sogenannten Pillenpfarrers. Zum Erntedankfest 1966 legt der junge Pfarrer Wilhelm Reinmuth in der Frankfurter Nordweststadt eine Anti-Baby-Pille auf den Altar. Man müsse Gott auch für die Pille danken, sagt Reinmuth in seiner Predigt. Die Folge davon war, dass eigentlich das passierte, was man sich als Pfarrer nur wünschen kann. Dass der ganze Ort oder der ganze Ortsteil anfängt, über seine Predigt zu reden. Reinmuths Gedanke, kleine Wohnungen und Frauen, die arbeiten müssen, da ist Geburtenkontrolle unerlässlich. Untertitelung des ZDF,